Christian Morgenstern Gedichte Cecilie soll die Fenster putzen, Sich selbst zum Gram, Jedoch dem Haus zum Nutzen. Durch meine Fenster muss man, Spricht die Frau, So durchsehen können, Dass man nicht genau erkennen kann, Ob dieser Fensterglas, Glas oder bloße Luft ist. Merkt ihr das? Cecilie ringt mit allen Menschen Waffen, Doch Ähnlichkeit mit Luft Ist nicht zu schaffen. Zuletzt ermannt sie sich mit einem Schrei Und schlägt die Fenster allesamt in zwei. Dann säubert sie die Rahmen von den Resten Und ohne Zweifel ist es so am besten. Sogar die Dame spricht, Zunächst verdutzt, So hat Cecilie ja noch nie geputzt. Doch alsobald ersieht man, Was geschehen Und sagt einstimmig, Diese Magd muss gehen. Absoluter ist ja auch ein bisschen, das ist ja auch ein bisschen, Was geschehen. Jetzt für mich jetzt gibt es der Sogar die Dame schießt mal, Aber ich kann das die Wasser bis zum Gehirn priorities Und da ist jetzt noch nie. Vielen Dank.